Samstagnachmittag gegen 3, es geht nach Senftenberg Drogerie und bevor ihr euch fragt, ja, ich, ja, so. Angekommen in der Drogerie, jetzt alles rein und alles aufbauen. Das geht immer nicht so schnell, wie es jetzt gleich aussieht, aber, naja, Übung, Übung, alles. So, kurz vor 17 Uhr, also hochpünktlich steht alles da hinten. Genau sieht das so aus und jetzt kannst du gleich losgehen. Draußen ist alles wunderschön eingedeckt, drin alles schön eingedeckt und jetzt geht's los. Du hast jetzt nehmt, drin alles in Dinas. Du hast jetzt nicht schön eingedeckt. Du hast jetzt nicht so schnell, wie es jetzt geht. Du hast du nicht gewonnen. 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 Und dann muss das alles noch raus und ins Auto und nach Hause und wieder weggeräumt. So sieht es nämlich aus. Das war die Drogerie, unglaublich cool mit diesen netten Saxophonisten. Das war der absolute Knaller. Nächste Woche geht es in den Urlaub und ich denke, vielleicht kommt das ein oder andere Video für da. Ich wünsche euch einen tollen Mittelsommer und wenn der Urlaub rum ist, geht es ins Bürgerlich und dann ist Hafenfest und dann gibt es eine Hochzeit, also es geht weiter. In diesem Sinne, gute Nacht.